Achtung! Feuer! Bleib da! Schieß die Fächer ab! Tu, wozu du hier wächst! Ich hatte den besten Schützen der 9. Armee auf diesem Sitz. Jetzt habe ich dich. Erst habe ich Deutsche in Afrika getötet. Jetzt töte ich Deutsche in Deutschland. Ich habe meiner Truppe vor langer Zeit versprochen, ich lasse sie nicht sterben. Warum bist du hier? Er tötet dich oder du tötest ihn. Du musst deine Pflicht erfüllen. Ich kann das nicht! Doch, du kannst. Was da abgelaufen ist, ist Alltag. Hängt dein Herz an niemanden. Siehst du das da? Das ist deine Herzlinie. Auf dich wartet eine große Liebe im Leben. Sichern Sie die Kreuzung. Wenn Sie die Truppen nicht aufhalten, sind wir alle am Arsch. Sie sind alles, was wir haben. Keine Besatzung ist so lange zusammen wie wir. Das liegt nur an ihm. Ihr wisst, was uns erwartet. Sie kommen! Wie viele? Es sind 300. Der Panzer ist hin. Wir sind noch nie weggelaufen. Warum dann jetzt? Ich halte diese Kreuzung. Was soll das? Das ist mein Zuhause. Ich bleibe bei Ihnen. Heiß hinein! Feuer! Ich habe Angst. Ich habe auch Angst. Doch kämpfen wir! Doch kämpfen wir! Feuer!